Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe euch schon gestern beim Video gesagt, dass ich wie soll ich sagen, ein Hello Neighbor Spiel mache. Und das werde ich jetzt tun. Wir müssen nämlich das Haus oder das Geheimnis vom Nachbar lösen. Und deswegen gehen wir jetzt rüber. Wir dürfen ihn nicht töten, deswegen. Er kann jeden Moment kommen. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Okay, irgendwo ist der. Irgendwo ist der hier. Aber ich weiß natürlich nicht, was. Wenn ihr mehr von Hello Neighbor oder andere Ideen habt, was ich spielen könnte, dann schreibt es in die Kommentare und lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt von mir, drückt die Glocke. Und dann könnt ihr kein Video mehr von mir verpassen. Und ich suche jetzt erstmal den Nachbar. Der ist ja auch irgendwie zu hören, aber zu sehen ist der nicht. Oben vielleicht? Ja, also wir müssen das Geheimnis vom Nachbar rausführen. Und wie ist es hier Wasser? 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 Okay, wir kommen das Geräusch mehr dichter, deswegen ich hoffe dass der hier irgendwo ist. oh mein gott was ist da geht doch okay oh mein gott jetzt bin ich auf der anderen seite wieder ja wir finden jetzt erst mal die nachbar ansonsten muss ich die map neu starten weil eigentlich müsste hier noch ein fisch sein keine ahnung wo der nachbar jetzt steckt aber wir werden ein bisschen sein haus durchsuchen und am mittwoch wie angekündigt wird es eine folge who's your daddy geben also da zeige ich euch nur das haus am wochenende werde ich euch ein video mit meinen kursen vorstellen vielleicht spielen wir da hell und iber oder who's your daddy oder hide and seek oder droppen keine ahnung aber auf jeden fall wird ein video kommen an welchen tag weiß ich noch nicht auf jeden fall am wochenende ja das ist mein haus wie ihr seht total klein sieht aus wie so eine kirche und hier ist so ein riesengebäude ja und da muss sich der nachbar irgendwo verstecken oh mein gott ich habe ein pferd geschlagen braune schafe 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 ja man hört den ja aber man sieht die nicht das finde ich komisch kann ja auch nichts abbauen und hier soll das geheimnis sein keine ahnung das hört sich ja so an als wenn da drei oder vier sind ok oh mein gott so leute ich gehe mal aus dieser map weil ich finde den nachbarn irgendwie nicht und das ist total scheiße das spiel wird jetzt gespeichert und wir können morgen oder so weiterspielen äh ja und hier ist die welt also ich habe ja gestern hier noch kann ich jetzt wieder durch die dinge gehen ja das muss ich mal ausstellen auf jeden fall vergrößern wir das ganze heute das heißt ja eigentlich ist das ja so aber vergrößern das mal und dafür braucht man bäume und knochen mehr bei knochen mehr kannst du hier ähm bäume schneller wachsen lassen oder auch andere dinge zack okay krass jetzt äh brauchen wir ja gut man hört immer noch man hört immer noch zombies weiß es ja mitten in der nacht deswegen ich baue das mal hier so zu ja ich würde mich sehr freuen wenn ihr äh andere leute sagt hey guck mal oder minecraft dann könnt ihr mich gerne abonnieren würde mich sehr freuen und ich würde mich auch sehr freuen wenn ihr äh ein wie soll ich sagen ein ja wie soll ich sagen es ist schwer zu sagen ja äh ein daumen hoch macht zu schnell war so schwer war es noch nicht wieder nicht aber ja ja und jetzt kann ich ja hier karten hinsetzen dann und dann kann ich auch hier also wenn ich jetzt in kreativ modus ist geht das aber wenn ich jetzt in überleben bin geht das nicht einfach ja alles klar oh na kommt fütter ich mal mit weizen oh da kommen sie alle füttern 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 gibt es mehr Babys und gleich kriege ich noch ja ok gut ich will ja auch nicht so lange aufnehmen deswegen würde ich sagen dass morgen naja morgen weiß ich noch nicht ob es klappt vielleicht aber auch übermorgen oder so ein neues video kommt und zwar gibt es vielleicht eine folge masterbildes äh muss ich gucken und ja das war's mit dem video und ich würde mich freuen wenn ihr einen Daumen hoch macht und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal